10 Tage Mauritius in 5 Sterne Metallpension für 400 Euro? Du glaubst es ist nicht machbar? Doch tatsächlich, eigentlich unglaublich, dass ich mir bei früheren Reisen so viel Geld habe durch die Lappen gehen lassen und den Low-Coast-Weltenbummler nicht schon früher gekauft habe. Ich habe immer so lange für eine Reise gespart und eine Reise nach Mauritius hätte ich erst recht nicht für möglich gehalten. Aber jetzt ist es möglich geworden und das so günstig. Wer hätte das gedacht? Und bald ist es soweit und ich bin total aufgeregt. Viele Reisen gibt es auch sogar kostenlos. Wie das geht? Im Videokurs der Low-Coast-Weltenbummler wird dir Insiderwissen der Reisebranchen vermittelt, sodass so günstige Reisen erst möglich sind. Nutze diesen Kurs unbedingt für deine zukünftigen Traumreisen. Das kann ich dir nur empfehlen. Den Link zu dem Kurs habe ich dir hier unter dem Video notiert. Ich nehme nach einer Art